Wir sind neben Paris, Marseille oder Monaco nicht der einzige Favorit auf die Meisterschaft. Monaco hat noch alle Chancen, weil das Team noch ein Nachholspiel hat. Wir sind auf Augenhöhe mit den anderen Mannschaften. Es wird ein gefährliches Spiel, denn wir treffen auf eine Mannschaft, die unbedingt Punkte braucht. Denn der Gegner spielt gegen den Abstieg. Und bei uns fehlen einige Spieler, einige sind gesperrt oder noch nicht fit. Wir müssen, was den Kader angeht, noch einige Entscheidungen treffen. Nizza wird alles geben, das wird ein schwieriges Spiel für uns. Genauso wie die restlichen Partien bis zum Saisonende auch.